Die Katze, geheimnisvoll und raubtierhaft. Ein Wildtier, das dem Menschen vor Jahrtausenden freiwillig gefolgt ist. Sie ist anpassungsfähig und sozial, aber das einzige Haustier, das sich seine Unabhängigkeit bewahrt hat. Den alten Ägyptern erweist sie sich als nützlich. Dafür wird sie verehrt und sogar vergöttlicht. Die Römer sind es, die sie nach Europa bringen. Ob zärtliche Gefühle in der Antike oder Abneigung und Verdammnis im Mittelalter. Ihre Geschichte steckt voller Höhen und Tiefen. Heute ist die Katze zum beliebtesten Haustier aufgestiegen. Doch sie bleibt, was sie ist. Ein Tiger auf samtenen Pfoten. Die freie Wildbahn ist ihre Welt. Und Großkatzen sind die Könige. Unerschrocken und unabhängig. Die Hauskatze ist zwar mit ihnen verwandt, stammt aber von einer anderen, viel älteren Urform ab. Auch der superschnelle Gepard oder der lautlose Puma können nicht als Vorfahren der Hauskatze herhalten. Nicht einmal der Luchs oder der Ocelot. Diese Rolle übernimmt die Wildkatze. Ein Erfolgsmodell, das sich gegen die mächtigen Verwandten durchsetzt. Vor Jahrmillionen erstreckt sich ihr Gebiet von Schottland über West-, Mittel- und Osteuropa bis nach Zentralasien und Westindien. Und sie bewohnt weite Teile Afrikas. Dort im Süden Ägyptens, im alten Nubien, entwickelt sich aus der Wildkatze die Uranin der modernen Hauskatze. Es ist die zierliche Falkkatze, die als Urmutter aller Hauskatzenrassen gilt. Immerhin 60 an der Zahl. Klarheit haben genetische Untersuchungen gebracht. Sie sind erst ein paar Jahre alt. Der Hauskatze gelingt es schließlich, den gesamten Erdball zu erobern. Und zwar an der Seite des Menschen. Ihm ist sie von sich aus gefolgt, ganz freiwillig. Das hat sich vor ihr keine andere Katzenart einfallen lassen. Ihr unbezähmbares Wesen aber hat sie sich bewahrt. Hauskatzen verhalten sich eigensinnig. Sie sind unberechenbar. Man kann durchaus frei nach Victor Hugo sagen, wir haben zu Hause einen Tiger zum Streicheln. Nicht nur die Natur, auch das Erbgut der modernen Katze unterscheidet sich kaum von ihren wilden Verwandten. Das, was viele Katzenhalte auch heute noch an ihren Haustieren schätzen, kommt eigentlich durch diese Verwandtschaft, durch die Abstammung von einem einzelgängerischen Raubtier. Katzen sind die perfektesten Beutegreifer, die je von der Evolution hervorgebracht wurden. Auf der Jagd sind sie am liebsten allein. Nur die Löwin fällt aus dem Rahmen. Sie bevorzugt die Gruppe. Auch bei der Hauskatze ist der Jagdtrieb angeboren und stark ausgeprägt. Er bestimmt ihr gesamtes Verhalten. Und geht das kleine Raubtier auf Beute fangen, macht sie das genauso wie die meisten ihrer großen Schwestern im Alleingang. Dabei nimmt sie in ihrer Umgebung jede Bewegung wahr, ist sie auch noch so verhalten. Sie ist rund um die Uhr wachsam. Ein Überbleibsel aus ihren wilden Jahren, als sie noch vor Fressfeinden auf der Hut sein musste. Ihrer Herkunft als Raubtier verdankt sie auch ihren hochentwickelten Sehsinn. Im Verhältnis zu ihrem Körpermaß hat sie die größten Augen aller Fleischfresser. Sie sind besonders lichtempfindlich und können einen Bereich von circa 220 Grad räumlich erfassen. Ideal für einen Lauerjäger. Was die Katze nicht sieht, das hört sie. 20 Muskeln drehen ihre Ohren in nahezu jede beliebige Richtung, und zwar unabhängig voneinander. Damit ist sie in der Lage, selbst kleinste Geräuschquellen regelrecht zu orten. Nicht einmal in der Dunkelheit ist ein Nager vor ihrem schnellen Zugriff sicher. Und sie kann sechsmal besser riechen als der Mensch. Besonders beim Erschnüffeln von Pheromonen hat sie die Nase vorn. Pheromone sind körpereigene Duftstoffe, die Katzen über ihre zahlreichen Drüsen absondern, als Botschaft an ihre Artgenossen. Ich war hier. Grandios ist auch ihr Tastvermögen. Die Schnurhaare sind besonders empfindlich. Sie funktionieren wie Antennen, um Tag wie Nacht Hindernisse oder enge Stellen auszuloten oder um über feine Luftwirbel Beutetiere auszumachen. In ihrem Jagdverhalten geht die geschickte Schleich- und Lauerjägerin keinen Kompromiss ein. Anvisieren, leise anpirschen, beschleunigen. Ein Sprung, ein tödlicher Biss. In Sekundenschnelle ist alles vorbei. Obwohl Katzen ohne fremde Hilfe überleben können, haben sie vor Jahrtausenden den Menschen für sich entdeckt. Die Getreidespeicher der Steinzeitsiedler locken als neues paradiesisches Jagdrevier. Dort machen sich Mäuse und andere Nager an den Vorräten zu schaffen. Bald merken die Bauern, dass die Wildkatzen nützliche Schädlingsvertilger sind. Das gefällt ihnen. Und den scheuen Tieren gefällt es bei den Siedlern auch. Sie schließen sich ihnen an. Freiwillig. Sie zähmen sich sozusagen selbst. Das soll in der Jungsteinzeit gewesen sein, um etwa 7500 v. Chr. und zwar im alten vorderen Orient. Auf Zypern haben Archäologen ein Grab entdeckt, das in den Zeithorizont passt. Es enthielt das Skelett von einem jüngeren Mann und einer Falbkatze. Als sie starb, muss sie etwa acht Monate alt gewesen sein. Gewaltanwendung war nicht mit im Spiel, wie die Forscher bei ihrer Untersuchung festgestellt haben. Das Gemeinschaftsgrab lag inmitten einer Siedlung. Der Körper des Tieres lag nur etwa 40 cm von dem männlichen Leichnam entfernt, in einer kleinen Vertiefung. Der Körper der Katze war genauso nach Westen ausgerichtet wie der des Mannes. Das heißt, auch das Tier wurde traditionell bestattet, nicht einfach nur unter die Erde gebracht. Archäozoologen folgern daraus, dass der Mensch mit der Katze damals schon eine enge Beziehung eingegangen ist. Es gab keine Wildkatzen auf Zypern. Es war viel zu weit für sie, um vom Festland aus dorthin zu schwimmen. Dass es heute dort Katzen gibt, bedeutet, dass diese von Menschen eingeführt wurden. Vermutlich vor über 8000 Jahren aus dem östlichen Mittelmeerraum. Und womöglich waren es die ersten Siedler, die Katzen mit auf die Insel gebracht haben. Im alten Ägypten nimmt die Geschichte der Falbkatze eine entscheidende Wendung. Entlang der fruchtbaren Ufer des Nil entstehen riesige Felder mit Getreide und anderen Feldfrüchten. Das Korn im Pharaonenreich ist der Ursprung ihres Reichtums. Und durch geschickte Vorratswirtschaft können sie auch schlechte Erntejahre sorglos überstehen. Doch der Wohlstand ist in Gefahr. Der Mensch in den boomenden Zentren mit ihren prall gefüllten Getreidespeichern steht hilflos lästigen Schädlingen gegenüber. Ein Fall für die Falbkatze. Sie macht die Silos zu ihrem Revier. Dank ihrer Jagdleidenschaft gelingt es ihr spielend, die Nagerplage entscheidend einzudämmen. Dass die kleinen Raubtiere nützliche Helfer sind, liegt bald auf der Hand. Ihre erfolgreichen Einsätze sind der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das ganze Land huldigt dem neuen Wundertier. Katzen, besonders Löwen, nehmen in der Welt der alten Ägypter eine Sonderstellung ein. Zeugnisse ihrer tiefen Verehrung für die großen Schwestern der kleinen Schädlingsbekämpferin sind im britischen Museum ausgestellt. Wegen seiner körperlichen Überlegenheit gilt der Löwe als göttlicher Wächter der Pharaonen. Als Wahrzeichen für kriegerische Kraft und uneingeschränkte Macht. Er steht aber auch für Wiedergeburt und Erneuerung. Tiere spielen eine enorme Rolle im alten Ägypten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einer Kultur zu tun haben, die sich über tausende Jahre erstreckt hat. Während dieser langen Zeit haben sich auch die Tierarten geändert. Der Löwe wurde aber zu allen Zeiten verehrt. Damit ist er ein sehr bedeutsames Tier. Im Unterschied zur Hauskatze, die erst in einer späteren Zeit vergöttlicht wurde. Die Katzengöttin Bastet gilt als Tochter des Sonnengottes Reh. An manchen Orten wird sie auch als Mutter des Löwengottes Mahes verehrt. Immer aber steht sie für alles Weibliche, für Fruchtbarkeit, Feste und Freude. Es ist damals üblich, zu Hunderttausenden zu ihren Tempeln zu pilgern, um der Sanftmütigen zu opfern. Zu den häufigsten Geschenken an sie gehören mumifizierte Katzen, die direkt vor Ort von den Priestern gekauft werden können. Die Einbalsamierung der Tiere wird nach allen Regeln der Kunst durchgeführt. Ein Ritual, das lange nur den gottgleichen Pharaonen zuteil wurde. Doch als irdische Vertreterin der Göttin Bastet werden auch Katzen auf die Reise in die jenseitige Welt bestens vorbereitet. Nicht nur ihre Seele, auch ihr Körper soll dort unbeschadet ankommen. Mumifizieren ist eine aufwendige Prozedur. Sie dauert 70 Tage. Nach der Entfernung der Eingeweide und der Behandlung mit Natronsalz reiben die Balsamierer wie Tiere mit duftenden Salben und Ölen ein. Begleitet wird das Ritual von heiligen Formeln. Sie handeln von Auferstehung und ewigem Leben. Erst wenn der Zersetzungsprozess gestoppt ist, beginnen die Priester, die vorbereiteten Körper kunstvoll einzuwickeln. Mit Abschluss der Zeremonie endet auch die Trauer um die heiligen Wesen. In der Spätphase des Neuen Reichs erreicht die Katzenverehrung ihren Höhepunkt. Ganz Ägypten ist verrückt nach den anmutigen Geschöpfen. Ihre Verehrung hat aber eine Kehrseite. Die Nachfrage nach Katzenmumien steigt und steigt, mit fatalen Folgen für die Tiere. Nach heutigen Maßstäben ist die Einstellung der alten Ägypter gegenüber Katzen ein Rätsel. Einerseits haben sie sich Hauskatzen gehalten, die sie sehr gern hatten. Andererseits haben sie in den Tempeln Katzen gezüchtet, nur um sie zu töten, zu mumifizieren und dann den Göttern zu opfern. Die Menschen müssen doch gewusst haben, dass es sich dabei um dieselbe Tierart gehandelt hat. Aber irgendwie hat man sich damit arrangiert. Um dem ungebremsten Opferboom nachkommen zu können, werden massenhaft Katzen getötet und als Mumien auf den Markt gebracht. Schätzungen zufolge sollen es zig Millionen gewesen sein. Neueste Untersuchungen mit leistungsstarken Röntgengeräten enthüllen, dass viele Katzenmumien nicht das enthalten, was sie sollen, sondern eine Mogelpackung sind. Wir waren wirklich überrascht, wie viele Mumien kein vollständiges Tier enthalten. In etwa einem Drittel gibt es nur Fragmente, etwa ein Drittel ist sogar fast leer. Und manche enthalten überhaupt kein tierisches Material. Vermutlich hat die Nachfrage das Angebot bei weitem überstiegen, sodass die inneren Werte der heiligen Katzenmumien immer weiter in den Hintergrund gerückt sind. Nach allem, was wir über den Glauben der Ägypter wissen, vermuten wir, dass nur wichtig war, dass die Mumien von außen wie eine Katze aussahen. Auf die Außengestaltung der Mumienhüllen haben die Balsamira besonders großen Wert gelegt. Die mächtige Göttin sollte ihr heiliges Tier gleich wiedererkennen und an dem Geschenk Gefallen finden. Nur dann bleibt sie den Menschen gewogen. Dies ist eine Weihe-Mumie, davon gibt es sehr viele. Es wurde damals viel Aufwand betrieben, um ihrem Antlitz realistische Züge zu verleihen. Oder auch niedliche Ohren zu gestalten. Es gibt eine Menge Katzenmumien, die so aussehen. Nicht alle Mumien enden als Weihe-Geschenke. Auch als Grabbeigaben sind sie bei den Ägyptern beliebt. Die Israeliten, die lange im Pharaonenland ihr Dasein fristen, verdammen hingegen den Katzenkult. Ihnen ist die gesamte tierische Götterwelt unverständlich. Für sie gibt es nur einen Gott. Im Islam sieht das ganz anders aus. Dort zählen Katzen zu den reinen Tieren und werden entsprechend verehrt. Der Prophet Mohammed soll sie sehr gemocht haben. Und Buddhisten glauben, dass wenn ihre Katze stirbt, sie bei Buddha für ihren Besitzer ein gutes Wort einlege. Sie ist Symbol für Frieden, Glück und Reichtum. Begonnen aber hat der Siegeszug der Katze im Reich der Pharaonen. Die Falbkatze ist die erste, die beständig im Haushalt der Einheimischen lebt. Von dort aus erobert sie den gesamten Erdball. Ihre Ausfuhr ist unter Androhung harter Strafen untersagt. Die Händler lassen sich davon aber nicht abhalten. Katzen werden zur begehrten Schmuggelware. Auf den Schiffen der Phönizier gelangen die ersten um 1000 vor Christus nach Südeuropa. Als sich Rom zur neuen Supermacht aufschwingt, entwickeln sich zwischen der Stadt am Tiber und Ägypten enge Handelsbeziehungen. So entdecken schließlich auch die Römer ihre Liebe zur Katze. Einer Legende nach überrascht ein reicher Kaufmann seine junge Ehefrau eines Tages mit einem Geschenkkorb. Darin liegt ein neugieriges Katzenjunges. Das exotische kleine Wesen soll der Frau die Zeit vertreiben, wenn der Hausherr monatelang auf Reisen in aller Welt unterwegs ist. Das kostbare Geschenk erfüllt mehr als einen Zweck. Während der Mann seinen Geschäften nachgeht, offenbart die Katze ihre Qualitäten als Seelentrösterin. Das neue Schmusetier wird liebevoll Kata genannt. Angeblich bedeutet der Name übersetzt Mausefänger. Und womöglich hat sich aus der Bezeichnung später sogar das deutsche Wort Katze entwickelt. Gesichert ist das aber nicht. Es gibt viele Theorien. Die Perser kommen mit der Falbkatze auf ihrem Eroberungszug nach Ägypten in Kontakt. Mit ihnen gelangt sie bis nach Indien. Als das Imperium Ägypten zur Provinz macht, wird der Mäusefänger endgültig zum Exportschlager. Das Image der Katze wandelt sich. Vom exotischen Luxusgeschöpf hin zum beliebten Haustier für jedermann. Die Katze verdrängt sogar das bis dahin für die Schädlingsbekämpfung zuständige Frettchen, denn sie stinkt nicht so bestialisch. Die Liebe der Römer zur Katze geht so weit, dass sie zum Sinnbild der schönen Freiheitsgöttin Libertas wird. Sie steht für Unabhängigkeit und die Bürgerrechte des Volkes. Wohin die Legionen auf ihren Eroberungszügen auch immer marschieren, Armeelager errichten oder Garnisonstädte gründen, überall machen sie die römische Katar heimisch. Auf dem Höhepunkt seiner Macht umfasst das Imperium Romanum ein Viertel der damals bekannten Welt und herrscht über 50 Provinzen. Ein Gebiet, das sich von den Küstengebieten Nordafrikas zum Schwarzen Meer und von Schottland bis nach Germanien erstreckt. Für die großen Schwestern der Hauskatze sieht das Leben nicht gerade rosig aus. Hunderte Löwen, Tiger und Panther sterben jedes Jahr in den Amphitheatern des Riesenreiches. Brot und Spiele fürs Volk. Spätestens seit dem ersten Jahrhundert vor Christus gehören dazu auch Großkatzen im Kampf gegen Jäger. Das Schicksal beider ist von Anfang an besiegelt. Und je blutiger die Show, desto lauter der Jubel der Zuschauer. Die Hauskatzen Roms müssen nicht um ihr Leben fürchten. Im Gegenteil. Die Katze-Menschbindung nimmt eine weitere Wendung, die im Erbgut der Beutegreifer deutliche Spuren hinterlässt. Die Katze ist inzwischen auch genetisch ein zahmes Wesen. Der Hauptunterschied zu früher besteht in der Akzeptanz von Menschen. Das heißt, die Hauskatze lernt als Jungtier, den Menschen anzunehmen. Das ist eine dauerhafte Veränderung in ihrem Verhalten, das auch so bleibt. Auch alle wilden Katzenarten können als Jungtier gezähmt werden. Aber sobald sie ausgewachsen sind, werden sie wieder zum Wildtier. Das geschieht ganz automatisch. Bis heute hat sich an der Liebe der Römer zu ihren Katzen nichts geändert. Auf den Friedhöfen und Plätzen der ewigen Stadt gibt es zahlreiche Straßenkatzen, die in Kolonien ungestört zusammenleben. Selbst sie besitzen das Zahmsein-Gen, auch wenn sie die meiste Zeit unter sich bleiben. Ihr Verhalten untereinander unterscheidet sich hingegen deutlich von ihrem Verhalten im Umgang mit den Menschen. Für ihn haben sie sich etwas einfallen lassen. Wenn sie auf einen Bauernhof gehen, auf dem viele Katzen leben, merken sie schnell, dass es dort ziemlich still ist. Katzen, besser gesagt erwachsene Katzen, miauen nicht. Sie werden allenfalls hin und wieder ein Katzen-Junges miauen hören. Mit Menschen aber miauen Katzen ständig. Wir gehen davon aus, dass sie dies lernen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei Artgenossen tun sie das nicht. Es ist ja so, dass wir unsere Katzen nicht rund um die Uhr beobachten, auch wenn sie das gerne hätten. Also miauen sie. Wir wenden uns ihnen zu und sie geben uns zu verstehen, was sie in dem Moment von uns wollen. Was Katzen nie mitteilen, ist, was sie alles unternehmen, wenn sie allein durch ihr Revier streifen. Mit Katzen-Cam und GPS-Sender ausgestattet, offenbart Kata Kimba seine geheimen Pfarrer. Kata neigen grundsätzlich dazu, ihr Territorium weiter auszudehnen als ihre weiblichen Artgenossen. Das erhöht ihre Chance, auf paarungswillige Katzen zu stoßen. Und natürlich ist auch das Angebot an kleinen Beutetieren größer. Dabei kann es immer wieder vorkommen, dass Katzen unbekanntes Terrain betreten, sich verirren und den Weg nach Hause nicht mehr finden. Zumindest nicht den direkten. Katzen haben einen guten Orientierungssinn in einem bestimmten Bereich. Sie kennen ihre Streifgebiete sehr gut, auch vom Töne her, Kirchenglochen, Gerüche und so weiter. Und sie kombinieren diese Reize, um den Heimweg eigentlich zu finden. Sie müssen nur, wenn sie weit weg waren, nur einmal per Zufall über einen Teil von ihrem Streifgebiet kommen und dann wissen sie sofort den Weg. Katzen sind ortstreu. Trotzdem legt manche Samtpfote auf ihren Streifzügen bis zu 40 Kilometer pro Woche zurück. Wenn sie aber gut gefüttert werden, verkleinern sie ihr Revier. Sie lernen schnell, zu wem sie gehören. Ihre Bezugsperson ist bei allem Freiheitsdrang ein wichtiger Partner. Ihm offenbaren sie sogar ihre Gefühle. Wir wissen, dass Katzen Menschen mögen, da sie bei uns das gleiche Verhalten zeigen wie bei ihren Artgenossen. Wenn wir abends nach Hause kommen, richten sie ihren Schwanz auf und reiben sich an unseren Beinen. Wenn wir es uns vor dem Fernseher gemütlich machen, legen sie sich auf unseren Schoß und versuchen uns abzulecken. Nicht jeder mag das, aber das ist eine ganz natürliche Reaktion der Katze, mit der sie ihre Zuneigung beweist. Da sie dieses Verhalten sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber anderen Katzen zeigt, können wir davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Akt der Zuwendung handelt. In der mythologischen Welt im Norden Europas, wo Feen, Trolle und Naturheiligtümer lange die Vorstellung der Menschen geprägt haben, kommt die Waldkatze zu großen Ehren. Die muskulösen und robusten Tiere sind es, die dem heidnischen Glauben nach magische Kräfte besitzen. Als Begleiter der Liebesgöttin Freya sollen sie ihren Wagen sicher durch die himmlischen Gefilde gezogen haben. Ein jähes Ende findet ihre Rolle als Zauberwesen, als Mönche erklären, dass Katzen der Inbegriff des heidnischen Irrglaubens seien. Mit der Verbreitung des Christentums blickt die Katze in eine finstere Zukunft. Zu ihrem negativen Image trägt bei, dass sie im Unterschied zu anderen Nutztieren keine Produkte abwirft, weder Eier noch Fleisch, keine Milch oder Wolle. Im 13. Jahrhundert beginnt eines der grausamsten Kapitel europäischer Geschichte. Die Kirche verdammt die Katze als Gefährtin des Satans. Und sie fordert von den neuen Christen, dem Tier bedingungslos abzuschwören. Die Botschaft Jesu von Nächstenliebe, Vergebung und Gleichheit aller Menschen verwandelt sich in einen mörderischen Feldzug gegen alle Ungläubigen. Obwohl die Katze auch in Kirchen und Klöstern als Mäusejägerin wertvolle Dienste leistet, ist sie für die Kirchenväter das Sinnbild aller christlichen Laster. Neid, Zorn, Hochmut, Völlerei, Trägheit und vor allem Wollust seien Eigenschaften des Teufels, die Frauen ebenso wie Katzen in sich vereinen. Das Sexualverhalten der Katze ist gerade im Mittelalter sehr, sehr kritisch betrachtet worden, das noch vorsichtig ausgedrückt. Wir haben ja auf der einen Seite eine Kätzin, die sich mit mehreren Katern paart, durchaus auch in einer Nacht mit mehreren Katern paart und die sich auch die Partner selbst aussucht. Das war den Hohen Herren im Mittelalter mit Sicherheit ein Dorn im Auge. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Katze auch während der Paarung meistens auch noch schreit. Das heißt, dass sie den Kater zum Ende des Deckaktes hin abschlägt und mit einem Wüstenschreien und mit Pfoten schlagen, davonjagt nach der Paarung. Das ist mit Sicherheit auch nicht gut angekommen. Prediger wie Berthold von Regensburg wettern gegen die Katze. Jagd sie von euch, denn ihr Atem ist gestundheitsschädigend und gefährlich. Zudem sollen die sündhaften Nachtwesen Seuchen verbreiten, wie es in alten Quellen heißen. Nach Jahrtausenden der Verehrung und Vergöttlichung folgt ihr tiefer Fall. Bleibt sie aus euren Küchen, denn Katze kommt von Kätze. Seht, diese unselige Katze, es wäre besser, wenn man ihn im Reisigfeuer verbrennen würde, als dass er einen zum Katze macht. Und seht, wie verdammt ihr Glauben und ihr Leben ist. So sagen einige Katze und Glauben daran, dass der Teufel den Menschen schaffe, während unser Herr die Seele darin schaffe. Pfui, verfluchte Katze! Verdammt und verfolgt als Verbündete der Ungläubigen. Der Fanatismus der Prediger kennt keine Grenzen. Katzenfreunde stehen plötzlich unter Generalverdacht, besonders wenn es sich um Frauen handelt. Ein Zeugnis aus dieser düsteren Zeit ist der Hexenhammer. Eine Art Handbuch über Erkennung, Verfolgung und Bestrafung von Hexen. Und wieder sind vor allem Frauen gemeint. Es trifft sie am schlimmsten. Wie die Katze werden Frauen als treulose, heuchlerische und abgrundtief sündige Wesen gejagt, gefoltert und oft zum Tod verurteilt. Viele 10.000 sterben unter Höllenqualen auf dem Scheiterhaufen. Und mit ihnen hunderttausende Katzen. In manchen Gegenden Europas droht die Hauskatze sogar auszusterben. Ihr zwielichtiges Image sind die armen Tiere seit dem Mittelalter nie mehr ganz losgeworden. Noch im 18. Jahrhundert halten sich selbst in gelehrten Kreisen hartnäckig Vorurteil und Aberglaube. Im Volksmund heißt es lange, eine Katze auf einem Wagen schwäche die Pferde. Und bis heute glauben noch viele Leute, dass eine schwarze Katze, die von links nach rechts ihren Weg kreuzt, Unheil bringt. Die Erkenntnis, dass ihre Haare besonders für Kinder schädlich seien, enthält hingegen einen wahren Kern. Sie hängt mit einer Beobachtung zusammen, die der italienische Arzt Pietro Mattioli im 16. Jahrhundert gemacht hat. Bei einem Patienten stellt er starke allergische Reaktionen fest und sagt, dass Katzenhaare dafür verantwortlich sein müssen. Beliebt sind Katzen damals bei Quacksalbern. Katzenkot mit Senf und Essig verrührt soll Haarausfall verhindern. Und aus ihrem Hirn kann man einen wirksamen Liebestrank brauen. Das Schicksal der verachteten Tiere nimmt eine unerwartete Wendung, als Europa immer wieder von Pestwellen heimgesucht wird. Den Nährboden bilden mangelnde hygienische Bedingungen und feuchtkaltes Klima. Übertragen wird die tödliche Krankheit von Ratten. Die Nager breiten sich rasant aus. Katzen werden dringend gebraucht, um die Rattenplage einzudämmen. Die Katzenverfolgung durch die Inquisition rächt sich bitter. Und Versuche, die Menschen zu heilen, bleiben meistens ohne Erfolg. Millionen fallen der Seuche zum Opfer. Auf dem antiken Trümmerfeld Largo Torre Argentina lebt die größte Katzenkolonie Roms. Vor fast 100 Jahren, bei einer Ausgrabung, sind die ersten Tiere vorbeigekommen und halten das Terrain seither besetzt. Engagierte Privatleute kümmern sich um die Streuner, stellen ihnen Futter hin und sorgen für ihre ärztliche Versorgung. Der Legende nach sollen Katzen die Stadt einst vor der Pest bewahrt haben. Jetzt sind es die Römer, die den Vierbeinern aus der Not helfen. In der Schifffahrt sind Katzen über Jahrtausende gern gesehene Gäste. Einige Tiere gelangen sogar zu Berühmtheit. Sie gelten als Glücksbringer, sind nützlich und oft die Lieblinge der Crew. Das Zusammenspiel mit der Menschen hat jedoch Grenzen. Und die werden immer von der Katze festgelegt. Bei aller Zuneigung und Bindung bleibt sie ihrem Wesen treu. Es liegt nicht in ihrer Natur, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Sie ist und bleibt eigensinnig bis unabhängig. Man sagt ja allgemein, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Das ist nicht wirklich weit hergeholt. Also es ist schon eine sehr große Aufgabe, eine Katze immer genau dann zu motivieren, wenn der Mensch es gerne hätte. Insofern finde ich auch den Spruch passend, Katzenerziehung ist gar nicht so schwer. Schon nach wenigen Tagen haben sie uns das Wichtigste beigebracht. Selbst die erfahrene Verhaltensbiologin Birgit Rödder weiß kein Rezept dagegen. Ihr Kater, Kato, macht nur das, was er will. Kato! Na komm! Ja, fein! Immer tapfer! Mit dem sogenannten Klicker-Training versucht die Forscherin, ihren Kater zu erziehen. Eine Methode, die allein auf Freiwilligkeit beruht. Erwünschtes Verhalten wird dabei mit einem Leckerli belohnt. Das soll sich das Tier merken. Machen Katzen dabei mit, haben sie einfach Lust gehabt zu spielen. Katzenliebhaber hingegen sind überglücklich. Goethe hat einmal aus der Sicht einer Katze gedichtet. Sie stammeln und lallen und huldigen mir, liebkosen mir glücklich den Bauch. Öhrchen und Tatz, ich wählte es wieder, das Leben der Katz. Einsteins Katze war bekannt für ihre Launen. Sein Kater Tiger war bei Regen depressiv, was er mit Ich weiß, was dir nicht passt, aber ich weiß nicht, wie man das abstellt, kommentiert. Hemingways schneeweißer Kater Snowball hatte 6'10 und des Schriftstellers Herz im Sturm erobert. Und sie ist wahrscheinlich die verwöhnteste Birma-Katze der Welt. Schuppet, die Muse von Karl Lagerfeld, wird von zwei Nannys versorgt, fliegt in Begleitung von Bodyguards im Privatjet und verschickt Kurznachrichten. Und bei Werbeshootings muss sie sich gar nicht verstellen. Allüren bringt sie ja quasi von Natur aus mit. Geradezu abenteuerlich ist ein Test über Schwerelosigkeit, den die US Air Force 1947 mit Katzen macht. Katzen, die man unter normalen Bedingungen fallen lässt, drehen ihren Körper während des Sturzes und landen auf ihren Pfoten. Im Zustand der Schwerelosigkeit aber geht dieser automatische Reflex fast vollständig verloren. Ob die angehenden Astronauten aus dem Experiment irgendeinen Nutzen gezogen haben, ist jedoch mehr als fraglich. Dass Katzen auf die Füße fallen, selbst aus höchster Höhe, beweisen sie in New York, der Stadt der Wolkenkratzer. Je höher das Stockwerk, desto sicherer die Landung. Wenn Katzen aus einer Höhe von mehr als neun Stockwerken fallen, vielleicht sogar mit dem Bauch nach oben, drehen sie sich aufgrund ihrer enormen Geschmeidigkeit auf den Bauch nach unten und landen dann flach auf dem Boden, wie Superman. Die flache Landung verteilt die Wucht des Aufpralls über eine größere Fläche und vermindert das Verletzungsrisiko der Katze. Der größte jemals dokumentierte Sturz einer Katze, und sie hat ihn lebend überstanden, passierte aus dem 32. Stockwerk. Bei einem Sturz dreht sich die Katze in weniger als einer Sekunde. Dabei richtet sie zuerst den vorderen Teil ihres Körpers gegen den Boden aus, dann den hinteren. Im Flug bleiben Hinter- und Vorderpfoten mehr oder weniger ausgestreckt. Erst kurz vor dem Bodenkontakt zieht sie die Hinterbeine an. Für eine sichere Landung sorgt ihr beweglicher Stützapparat mit einer festen, aber zugleich elastischen Muskulatur. Beim Aufprall funktioniert er wie ein Stoßdämpfer. Dass Katzen so geschmeidig sind, verdanken sie in erster Linie ihrem Rückgrat. Ihre sehr kurzen Schlüsselbeine erlauben zudem die freie Bewegung der Schulterblätter und der vorderen Extremitäten. Der Brustkorb ist durch hohe Knorpelanteile stark verformbar. Er ist sozusagen der Airbag für ihre inneren Organe. Der Körperbau der Weltmeisterin im freien Fall ist auf Beweglichkeit, Kraft und Koordination ausgelegt. Alles, was ein Beutejäger braucht. In Deutschland gibt es rund 6000 Wildkatzen, die noch genauso leben wie vor tausenden Jahren. Die Waldgebiete sind ihr angestammtes Revier. Sie sind Raubtiere und nicht zähbar. Im Aussehen aber ähneln sie der Hauskatze, sind sozusagen ihre wilden Verwandten. Die Wildkatze und die Hauskatze sind tatsächlich noch so nah miteinander verwandt, dass sie fruchtbare Nachkommen gemeinsam haben können. Deshalb hat man früher eigentlich gedacht, ja, möglicherweise gibt es gar keine Wildkatzen mehr, weil die längst mit der Hauskatze hybridisiert sind. Es hat sich aber gezeigt, dass es nur einen ganz kleinen Anteil von diesen Hybriden gibt. Der liegt etwa bei vier Prozent. Echte Wildkatzen unterscheiden sich von ihren zahmen Schwestern vor allem durch ihren dicken, flauschigen Schwanz mit der schwarzen Spitze. Ihr Bestand ist seit Jahren gefährdet. Um festzustellen, wie groß die tatsächliche Population ist, versuchen Forscher mit eingesprühten Lockstöcken an Haarproben für einen DNA-Test zu gelangen. Weil die Tiere jedoch sehr scheu sind, werden Kameras eingesetzt, um sie überhaupt einmal zu Gesicht zu bekommen. Tagsüber schlafen Wildkatzen meist irgendwo im Wald versteckt. Erst in der Abenddämmerung durchstreifen sie ihr Reich auf der Jagd nach kleinen Beutetieren. Ihr ursprüngliches Wesen als Einzelgänger hat sie sich durch alle Zeiten bewahrt. Sie ist wirklich ein Kulturflüchter. Sie folgen nicht einfach den Menschen, weil Nahrung vielleicht leichter zu kriegen ist, in die Städte, in die Dörfer, sondern die bleiben da, wo sie ganz genau wissen, hier funktioniert mein Beutefangverhalten auch gewissermaßen. Also die müssen nicht von ihrem Waldrand weg. Der Mensch hat den natürlichen Lebensraum der kleinen Waldbewohner immer weiter zerschnitten. Weil sie jedoch nicht über offenes Land wandern, müssten Waldkorridore geschaffen werden, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Schon Leonardo da Vinci hat geschwärmt, selbst die kleinsten Katzen seien ein Meisterwerk der Natur. Ob in der Kunst oder in der Literatur, die Samtpfoten beflügeln die Fantasie der Menschen. Der vielleicht klügste Artgenosse ist der gestiefelte Kater. Ein gewitzter Held, der mutig einen Zauberer überlistet. Und Wilhelm Busch hat sich der Katze ebenso gewidmet wie die Zeichner von Walt Disney. Ob in Comics, Kinofilmen oder im Internet, längst hat die Katze das Showbusiness erobert. Grumpy Cat hat eigentlich keinen Grund zum Grummeln. Sie hat in den letzten Jahren mehr verdient als so mancher Hollywood-Star. Auch Hello Kitty ist geschäftstüchtig. Mehr als eine Milliarde Dollar setzt die rosa-rote Katze jährlich um. Und nicht zu vergessen Maneki Neko, die mit ihrem unablässigen Winken Unglück fernhalten und Wohlstand bringen soll. Der Aufstieg der Katze vom nützlichen Mäusefänger zum beliebtesten Haustier des Menschen fordert seinen Preis. Die Seinerkatzen stehen weltweit hoch im Kurs. Manche Züchtungen sind mehr als skurril, doch das Geschäft blüht. Oft werden astronomische Summen bezahlt. Aus den USA kommt der neueste Trend. Der Toyger ist ein Stubentiger im Raubkatzen-Look. Der Name setzt sich aus dem englischen Toy für Spielzeug und Tiger zusammen. Das muskulöse Tier mit breiter Brust hat einen markanten Kopf. Die Ohren sind klein und rundlich. Im Moment ist Asien ganz wild auf den Toyger, weil er eben tigerähnlicher geworden ist. Und da es in den Ländern ja Tiger gibt, natürlicherweise, in der Wildnis, und auch ein Glücksbringer ist, dann möchten die Leute gerne einen kleinen Tiger zu Hause haben. Der erste Züchtungsversuch stammt aus den 1990er Jahren. Entwickelt wurde er am Computer. Entstanden ist eine Kreuzung aus Bengalkatze und amerikanischer Kurzhaarkatze mit Tigermuster. Mit ihren wilden Schwestern, den Großkatzen, hat der Toyger so viel gemeinsam wie jede andere Hauskatze auch. Nur in ihrem Aussehen ist sie ihnen etwas ähnlicher. Ihre Statur ist ähnlich kräftig, der Brustkorb breit. In ihrem Wesen aber unterscheidet sich der Toyger deutlich von einem Raubtier. Die designten Stubentiger gelten als besonders familiengeeignet. Sie sind freundlich, aufgeschlossen und sehr verspielt. Wegen ihrer großen Anhänglichkeit ist ihre Bereitschaft, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, außergewöhnlich hoch. Am meisten fasziniert mich an Katzen, wie sie es geschafft haben, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Wir nehmen es als selbstverständlich hin, dass sie mit uns unter einem Dach leben, aber noch vor 10.000 Jahren war dies undenkbar. Aus evolutionärer Sicht ist dies eine sehr, sehr kurze Zeit. Heute wissen wir, dass all diese Verhaltensänderungen auf nur 12 bis 15 Genänderungen im Katzenerbgut zurückzuführen sind. Und sie sind ein Resultat der Domestikation. An der Seite des Menschen hat sich die Katze ein bequemes Leben eingerichtet. Als kleiner Beutejäger ist sie ihm vor Jahrtausenden freiwillig gefolgt. Heute ist sie gezähmt. In der Geschichte des Menschen ist die Katze das jüngste Haustier. Und zugleich das einzige, das sich sein ursprüngliches Wesen bewahrt hat. Sie ist eigensinnig, undurchschaubar, fast geheimnisvoll. Ein eleganter Stubentiger auf samtenden Pfoten. Die Katze das jüngste Haustier Untertitelung. BR 2018